Sie laufen mit RAF-T-Shirts rum, was übrigens auch, haben wir das schon geklärt, Verherrlichung einer mordenden Terrororganisation? Könnt man auch klären, ne? Ich würde sagen, ich finde es eigentlich, also wenn jetzt jemand rumlaufen würde mit einem NSU-T-Shirt, dann wäre er dran. Ich würde sagen, dass jede national-sozialistische Umtriebe konsequent vorgegangen wird. Und es wird auch automatisch gemacht. Aber wenn wir auf dem linksextremen Auge blind sind und eine Terrorbande wie die RAF verherrlichen, Menschen, die also, ich glaube, dutzende Morde in Deutschland gemacht haben, dann müsste man genauso dagegen einschreiten. Das war eine feste Überzeugung. Da darf kein Unterschied gemacht werden.